Hallo zusammen, ich bin Anni vom YouTube-Kanal Handmade bei Anni und ich betreibe seit einigen Jahren ein Handmade-Business, welches ich mit dieser Brother PR670E gestartet habe. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Vorderseite oder auch die Rückseite, was auch immer man möchte, eines Rucksacks ganz einfach mit dem Brother Magnetrahmen besticken kann. Das ist der 10x10 Magnetrahmen von Brother. Das Einspannen ist super leicht, perfekt für Anfänger und der Rahmen hinterlässt keine Abdruckspuren auf dem Produkt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.